Lieber Herr Dr. Woidke, lieber Herr Schick, liebe Gäste, unser künstlerischer Leiter Thorsten K. hat sich wieder die Finger mitgeschrieben und Verena Motto quält die Tanzschuhe mit ihren Choreografien, um unser Weihnachtsmusical, das total verzuckerte Märchenband, aber auch unser Frühjahrsmusical, die Frucht der falschen Träume, auf die Bühne zu bekommen. Aus diesen beiden Musicals präsentieren Ihnen unsere Zuckerfäden in einer Uraufführung den Titel Glitzer an die Macht, gesungen von Annabelle Dr. Woidke. Ich wünsche Ihnen gute und gute Nachricht. In meiner Welt ist alles glücklich, wie es dort zu versüßen. In meiner Welt ist alles glücklich, wie es dort zu versüßen. Und du bist mehr als man es mir nicht. Doch ich so überall im Maß und schulgemäßig geht der Kahn, denn für mich ist egal, denn man verzeiht es mir. Ich überrechne, du bist so schulig, du bist hier. Und jeder sind da, denn so lernen, dann muss sie nur mal gut verkaufen, ist dir das klar. Willkommen, wir nehmen dich mit in unsere Glitzer zu der Welt, wir haben für uns das Böse abgestellt. Und wir nehmen dich mit in unsere Glitzer. Ihr seid Botschafter unseres Landes, ihr seid mit Talentspiele und deswegen alles, alles Gute für euch, Teufel und Teufel, sagt man ja da, bleibt so wie ihr seid, bleibt kreativ, bleibt offen und weiterhin so viele Erfolge bisher. Ich komme gerne wieder, auch mit meiner Familie. Meine Tochter saß hier mit fünf Jahren, heute ist sie schon selber Kindergartenin und wir kommen gerne wieder, wir sind, ich bin ganz gut zu sagen, Fan des Kultuserkennens. Frau Philipp, wir haben ein Geld mitgebracht. Wir haben auch noch ein Schöpfel und ein Anlass. Das war unsere Räume. Fstellung und Klopfen Ja, also Oma ist ein Geld. Wir sind auch ein Geld mit einem anderen Mann, das ist ein Geld mit einem anderen Mann, das ist ein Geld mit einem anderen Mann. Nacke, Alter, das ist ein Geld mit einem anderen Mann und ein Partner.